früher gab es mal eine sendung ich weiß nicht ob es hier heute noch die gute zeiten schlechte zeiten oder sowas ich erinnere mich ganz dunkel aus der studienzeit so richtig weiß ich nicht worum es geht aber gute signale schlechte signale das soll das thema dieses beitrags jetzt hier sein wir gucken mal auf ein paar titel unter anderem auf den s&p auf den nasdaq und natürlich auf gold denn die sind heute nachmittag vielleicht mega spannend waren es vielleicht auch schon aber trotzdem gut da noch mal einen blick drauf zu werfen also schauen wir mal in dem fall auf den s&p 500 wenn ihr euch wundert das ist der september kontrakt hier auf den future und mir geht es jetzt vorzugsweise um das ende was wir hier im 15 minuten chart haben achtet mal darauf das ist jetzt nahezu muster gültig schaut euch das an ihr habt eine erste bewegung da gab es hier eine pause dann gab es noch mal eine bewegung wieder eine wackelige pause und eine fortsetzung das ist der klassische fünf weller wir machen jetzt gerade augentraining klar die situation ist schon rum anschließend haben wir etwas was man mehr oder weniger mit einer abc bezeichnen könnte also ein klassisches bild einer korrektur also abc das ganze und die erwartungshaltung dass es eine nicht ganz unrealistisch ist dass das was wir hier vorne hatten hier hinten noch mal passiert warum erzählt der alte mann uns das jetzt das ist doch schon geschichte da kann man doch nichts mehr machen tatsächlich die geschichte ist jetzt rum aber mir ist augentraining wichtig und wir werden das gleich noch mal brauchen kurze anmerkung für die fortgeschrittenen unter euch wäre jetzt von wegen hier einfach noch mal hinten anlegen ist das denn nicht hier eine bewegung die schon sowieso eine fortsetzung ist ja das ist wohl wahr also man muss unter umständen damit rechnen dass es dann zielmäßig etwas kürzer ist trotz alledem dieser schnelltest manch einer von euch kennt das im bond for trading gucken wir uns das regelmäßig an wenn ihr sagt das ist meine scharfe bewegung da will ich jetzt wissen ist das hier ein rechter start hier oben drüber dann guckte hier einfach mal waagrecht rüber guck dir hier mal waagrecht rüber und dann lauft ihr von dem vermeintlichen von dem fraglichen startpunkt aus so lange in der zeit zurück bis ihr eine dieser linien durchschneidet das war diese das heißt auch wenn es hier nur winzig war es ist nur wirklich ganz winzig aber schnell check der kurs kam von unten das ist ein echtes hoch damit ist das eine echte erste welle und damit ist das die zweite welle und damit ist das die zweite welle und damit können wir durchaus mal annehmen dass dieses was wir hier vorne haben als bewegung hier ich müsste es verschieben können aber dass sich das was wir hier vorne haben hier hinten noch mal wiederholt wird dann relativ realistisch das muss nicht immer eins zu eins sein aber passt so soweit die graue theorie grau theorie deshalb weil sie natürlich nicht immer zutrifft wir haben einen ähnlichen kollegen schaut euch das mal an hier beim nasdaq sieht es nahezu identisch aus 1 2 3 4 5 und jetzt hier wackele ich irgendwie nach oben also ihr seht wackele ich schon aber viel zu hoch stichwort dazu sind die fibonaccis achtet mal drauf klassisch ist es eigentlich wenn wir in die zone reinkommen 38 bis 61 8 das darf ein bisschen mehr sein aber guckt mal in diesem fall sind wir sogar noch über die 78 6 gelaufen das ist etwas was ich als letzte verteidigungsmarke so nennen wir das jetzt das ist einfach nur so die idee für mich dann nicht mehr so attraktiv jetzt kann man sagen naja nach unten ist ja trotzdem gekommen das problem ist nur häufig dass man dann trigger mäßig nicht mehr wirklich weiß welchen soll man denn da jetzt noch nehmen und habe ich immer noch eine gute chance risikorelation dieses ding handeln wir nicht weil der zu hoch ist die wahrscheinlichkeiten für eine fortgesetzte bewegung nach unten werden dadurch ein bisschen kleiner das muss im einzelfall nicht so sein wir erwarten ja im groben auch dass wir hier nochmal nach unten gehen aber bleiben wir mal bei diesem theoretischen beispiel wenn wir das nochmal auf den s&p zurückführen dann sehen wir dass hier dieser rücksetzer genau bis in diese zone reingelaufen ist hier vorne war es noch ein bisschen zu früh er hätte hier vielleicht schon triggern können hat aber ja nicht gemacht da muss er oder sollte er idealerweise reinlaufen da ist er reingelaufen dreiwellig ein möglicher trigger wäre zum beispiel da oder man kann natürlich versuchen ob es hier ein cluster gibt aber das ist eine andere story können wir ein andermal klären so das ist jetzt nun alles geschichte ich habe ja gesagt ich erwähne jetzt noch mal gold warum erwähne ich das wir hatten bei gold eine situation gestern schon mal und da ging es nicht gut die situation ist relativ ähnlich hier im 15 minuten chart 1 2 3 4 5 so ähnlich wie wir das beim s&p hatten und gestern hatten wir hier schon eine abc und die zugegeben ein klein bisschen vielleicht zu niedrig war ich muss gestehen ich weiß es gar nicht mehr bevor wir rumraten zeichnen besser na nee das ist schon in ordnung wir sind quasi bis an die 38er rangegangen und wir sind hier tatsächlich auf der shortseite unterwegs gewesen und erst noch mal bestraft worden weil der kurs in die falsche richtung gelaufen ist das ist nicht schlimm denn es ist also warum ist das nicht schlimm ist doch doof ist ein negativer trade ja aber es wäre vermessen davon auszugehen dass irgendeine technik an den märkten egal ob charts oder sonst irgendwas immer 100 prozent richtig liegt der trick ist ja der dass das risiko in diesem fall ungefähr jetzt diese entfernung ist aber die gewinnseite ungefähr diese entfernung ist und ihr seht schon das ist das doppelte ich glaube es war sogar mehr als das doppelte oder so ungefähr jetzt ich glaube es war sogar ein bisschen mehr als das doppelte an chance risikorelation insofern erstmal völlig in ordnung generell ist dieses bild aber nach wie vor gültig also für all diejenigen die jetzt sagen gestern hat es nicht geklappt bei gold das ist das gleiche muster was ich hier eben angesprochen habe zum beispiel beim s&p also dieses teilstück was wir hier haben dann hier diese abc und dann die erwartete fortsetzung das ist das was wir bei gold ebenfalls erwarten somit habt ihr jetzt eine klare handels idee wie wir bei gold jetzt auch noch mal versuchen rein zu gehen trigger wäre diese untere marke geht er jetzt nach oben wackelt er weiter nach oben machen wir es mal so dann können wir nicht jedes mal auf das letzte zwischentief immer den trigger nachziehen geht er über die 61 achter wird es verdächtig spätestens da werden wir definitiv nicht mehr short gehen wenn dann ist die idee erst mal rum entschließt er sich komplett anders und macht jetzt das auch kein trade mehr also ihr seht ganz konkrete geschichte kann man relativ einfach sich nach überlegen ich will euch nicht verführen diesen trade zu machen aber ich will es euch einfach zeigen wie das ganze aussieht für mich ist das eine situation die absolut nachvollziehbar wäre wir wären sozusagen auf diesem arm in der bewegung und hätten damit ein klassisches großes und kleines bild in übereinstimmung so weit diese idee für all diejenigen die noch mehr haben wollen wir haben heute amazon bei uns im trade des tages den haben wir schon rumgeschickt im born for trading also da gegebenenfalls anmelden oder eben beim trade des tages je nachdem was euch lieber ist da habt ihr auch noch mal einen aktien trade mit einer ziemlich interessanten idee wie ich finde mit sehr guten aussichten denn amazon ist in der vergangenheit eigentlich sehr positiv aufgefallen was unsere ideen angeht dass er dann auch schnell und schön sich bewegt hat in diesem sinne euch jetzt erstmal alles gute es ein schönes wochenende ganz liebe grüße und bis zum nächsten beitrag